Zurück zum Minecraft Tutorial. So, hallo liebe Leute, heute baue ich mit euch mal einen Mini-Panzer. Ja, und genau der Panzer ist dafür gut geeignet, mehrere Panzer in einer ganz kurzen Zeit zu bauen. Wenn man zum Beispiel eine Militärbasis hat oder ein Schlachtfeld bauen möchte und auch ganz schnell eben mehrere Panzer haben möchte, dann kann man diesen Mini-Panzer ganz gut dafür verwenden. So, wir gehen mal das Menü unten durch. Ist es ganz, ganz wenig, ihr seht es ja, es sind nur drei Teile. Einfach mal die Kohleblöcke brauchen wir dafür, dann Quarzstufe und Quarzstufen. Ja, ich spiele auf der, oder ich mache dieses Tutorial auf der Playstation 4 und benutze das Stadt-Texture-Pack dafür. So, liebe Leute, dann mal los. Den Kohleblock in die Hand genommen, fünf Blöcke hier in die Reihe gehen und fünf Blöcke davor und dann einfach nochmal fünf Blöcke hier oben komplett drauf. So, dann nehmt ihr einfach den Quarzblock, also die Quarzstufe, setzt sie oben komplett einmal an und ganz unten auch nochmal. Auf der anderen Seite genauso. Der geht ruckzuck zu bauen und ich finde, doch, der sieht ganz passabel aus. So, jetzt werdet ihr hier in die Mitte nochmal einen hinsetzen und hier nochmal eine Quarzstufe draufsetzen. Das sollen dann so die Ketten sein. Wie gesagt, es ist ein Mini-Panzer, es ist eine kleine Ausführung mit wenig Details. So, dann hier vorne macht er einfach, oder hier hinten, das ist eigentlich ganz egal, der Panzer sieht nämlich von allen Seiten gleich aus, von vorne wie hinten, macht er einfach nochmal so zwei, ah, der kommt direkt so zwei Blöcke hier, Quarzstufen hin. So, hier vorne machen wir das auch. Man kann den Panzer nachher nur erkennen, wohin der Geschützturm oder die Kanone hin zeigt. So, hier auch nochmal. So. Und dann zuletzt kommen diese Quarzstufen. Setzt da hier und hier einen an, lasst da hinten einfach einen frei. So und so, der Geschützturm. Und dann zieht ihr einfach mit den Quarzstufen eine Kanone entlang, die ungefähr drei länger ist, genauso wie hier, als der Panzer hier. Ja, und das war schon der Mini-Panzer. Ich hoffe, euch hat dieses Tutorial gefallen. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Wie gesagt, wenn ihr ganz schnell mehrere Panzer bauen möchtet, dann eignet der sich ganz gut. Gut, auf jeden Fall bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und wünsche euch viel Glück bei diesem Tutorial. Ansonsten, wenn ihr noch andere schöne Tutorials sucht, könnt ihr mal in die Playlist reinschauen. Die blende ich, lasse ich gleich auch einblenden. Ansonsten bleibt mir nur noch eins zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.